Krieg nimmt. Doch es hinterlässt Legenden. Es hinterlässt Helden. Und Helden sterben nie. Die Challenge auf Fortress. Ja, ich mag das Level, glaube ich, nicht so ziemlich. Ja, 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 ist ja okay. Episode 1, Kapitel 3. Spartanfeuerteams greifen feindliche Truppen überall auf Requiem an. Die Feinde zeigen sich überraschend wehrhaft. Ziele mit Feuerteam Majestic zusammenarbeiten. Ja, cool. Cool. Fesch. Ich muss mir die Stimme merken und das jetzt immer machen. Ich habe das bei den ersten Malen verpennt. Das ist verpönt, sowas zu verpennen. Verpönt, verpönt. So, Katsin. Spartans. Sie werden bei zwei identischen Bauwerken nördlich der Hauptgefechtszone abgesetzt. Die Herausforderung? Wer kann seine Basis zuerst von den Prometheanern säubern? Ach ja? Was kriegen wir, wenn wir Crimson schlagen, Commander? Den Respekt Ihrer Kollegen, der Marco. Das sollte doch für Sie eine völlig neue Erfahrung sein. Ich fand die Cutscene sah cool aus, irgendwie. Stimmt. Mit dem Gelaber wäre es noch cool. Ohne das Gelaber wäre es noch cooler gewesen. Ohne das Gelaber. Schnauze vorn. Geh nach vorn und schalte den Störsinn. Vorn. Man sagt so vorn nicht schnauze, weil vorn der einzig normale Typ von euch ist. Da ist ein Watcher. Zwei sogar. Einer ist down. Das andere Ziel wurde auch eliminiert. Huch. Huch. Huch, ich bin im Krieg. Huch. Huch. Wo läuft denn die Kasse ist, wenn die Crawler weglaufen? Wenn sie wegkriechen. Ich krieg die Krise. Geht das wieder los? Ja, Knöpfe drücken, Knöpfe drücken. Oh, hier sind Scattershots. Knöpfe drücken. Ich komm nicht hoch. Ich hab ne Scattershot. Epic Animation Incoming. Wie ist das hier mit oben? Es kommt keine Animation, Gottverdammt. Oh, Mann. Oh, ein Scattershot brauchst du denn her? Ich will auch. Ich wusste es. Wir sind immer unter diesem... In nem großen Hauptgebäude. Rot? Hier sind Leute. Barton, ich bin hier. Kann er mal kurz hinfliegen. Ich habe Waffen gefunden. Das ist doch so ein Krabbler. Krabbler. Oh, komm doch. Ja, gut. Ein Scattershot. Da, Watcher. Ein Gaien. Oder irgendwo da ist es. Ein Gaien. Ein Gaia. Ein Knight. Ein Gaien, ja. Hier lag doch gerade Hardlight Shield. Es ist weg. Weg. Er braucht schon Hardlight Shield. Boah, pass auf. Ich wollte den assassin aiden. Oh, no, no. Gut, ich gehe auf den anderen Schalter. Ihr macht den Schalter da schon mal fit. Okay. So. Come behind. Oh nein, da ist es. Fuck you. Oh, shit. Oh, mein Gott. Oh, ein Portal. Boah, die Stimme von den Leuten ist so leise. Pack das Geschütz. Oh, shit. Sehr schön. Da sind noch Crawler. Oh, scheiße, ein Geschütz. Das ist hier so groß. Boah, ich habe wie ein Nährgewehr mit zwölf Schüssen oder so. Okay, erledigt. Ich komme zu euch. Oh, fuck. Jetzt habe ich aber nur noch ein Nährgewehr. Das ist schlecht. Das ist auch flucht. Nährgewehr. Die Beobachter ausschalten. Oh mein Gott, noch mehr Beobachter. Scheiße, da kommen so viele Watcher. Passt auf. Ich glaube, es sind Watcher, keine Wächter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin fast tot. Boah, scheiße, Alter. Habe ich mich erschreckt. Weiß einer von euch, ob es hier irgendwo Light Rifles gibt? Ich habe bis jetzt noch keins gesehen. Boah, scheiße, Alter. Wie viele Crawler hier oben rum sind. Ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe. Da bist du nicht der Einzige. Ja, du bist. Gut, dass die, wenn sie angeschossen werden, immer den Pussy-Modus eigentlich... Ich nehme meine Waffen zurück. Und jetzt weg hier. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah, Knopf. Gut. Ich habe den Knopf. Ohne Animation. Puh, glaube, die haben keine Animation eingefügt, weil hier eigentlich immer kampflos ist. Und man kampfbereit bleiben muss. Vielleicht haben sie tatsächlich nachgedacht. Das halte ich auch für ein Gerücht. Hier ist... Äh, hier ist ein Incineration-Cannon, ne? Echt? Ja. Und ich brauche die nicht, weil ich schon... Oh, shit. Ich bin sowas von down. Mann. Also, wenn jemand will, die liegt da im Waffenschrank unten am Eingang zu dem großen Gebäude. Nein! Und er snipet mich hinfort, ey. Scheiße, Mann. Kacke. Irgendwo in dem Gebäude lag Munition. Ich gehe mal eben suchen. Boah, die leuchten, leuchten aber hart, ey. Hier ist auch noch eine Incineration-Cannon. Ah, guck mal. Hier sind noch Scatter-Shots. Ich bin direkt unter dir. Echt? Wenn du die willst. Oder wenn einer die will. Aua. Oh, shit. Ich komme nicht runter. So, ich bin jetzt hier Heavy-Armend. Toll, jetzt ist sie weg. Egal, auf dem Ziel. Ja, weil er sie jetzt genommen hat. Was müssen wir denn hier suchen? Okay. Ah, einfach weg. Wir orientieren Sie. Sie müssen das Gebiet sichern, sonst kann ihr Flieger nicht schlafen. Ah, Dolten ist also auch ein Sprachbesicht, gerade. Okay, zwei Feinde, so wie das aussieht. Nee, da kommt noch was von hinten. Watcher, einige. Nein. Boah. Boah, Piss. Oh, fuck. Das war jetzt nicht ganz so intelligent. Boah, noch mehr Watcher, diese scheiß Portale. Boah. 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 Oh Gott, das lässt mich halt da durch, was ist das? Boah, scheiße, überall Punkte! Close to this! Ich bin tot! Nein, schlag ihn doch! Hinter dir! Oh, jemand muss den Sniper da holen! Ich hab keine scheiß Munition mehr! Nein! Hu! Ah! Da! Hu! Daaaah! Mann ey! Was hier los ist? Cranker, schier so ne Gürsel! Yes! Nein! Meine Fresse ey! Hu! Oh! Scheiße! Wie wir alle Minärgewehr haben, ne? Ich hatte ja keine Munition mehr, ich musste jetzt irgendeine Waffe aufheben! Mhm! 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 Ich bin für die Verteidiger Dämpfer. Ich bin für die Verteidiger Dämpfer. Ich bin für die Verteidiger Dämpfer.